Hänsel und Grete Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Huhu, da schaut eine alte Hexe raus Sie lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus Sie stellte sich gar freundlich, oh Hänsel, welche Not Ihn wollt sie braten, im Ofen braun wie Brot Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein War sie gestoßen von unserem Gretelein Die Hexe musste warten, die Kinder gehen nach Haus Nun ist das Märchen von Hans und Grete aus Yeah! Yeah!